Von dem Tag an hat Siferoa sich selbst im China-Ramenor eingeschlossen und führte das Durchlesen der Dokumente, um Dokumente und Dokumente fort, wie ein Besessener. Ich kotze im Strahl, wie gesagt, mit dem Englisch übersetzen. Die Lichter im Keller gingen nie aus. Naja, außer er bezahlt die Stromrechnung nicht, dann gehen sie schon aus. Entschuldigung. Aber vielleicht kann er ja auch im Dunkeln sehen. Besser als ich. Oh nein, ich hab keine Lust. Und am siebten Tag brannte alles nieder. Aber warum soll man dieses Dorf hier niederbrennen? Das macht so keinen Sinn. Ich versuchte, die Kamera zu drehen. Wo are you? Siferoa. Oh, du bist Cloud. Wurdest auch... Okay, du willst mich da nicht hinlassen. Ich hab's verstanden. Hi. Siferoa. Ich hab keine Lust auf dich. Ich komme, um dich zu holen. Aber warum mich? Was hab ich angestellt? Differoa, du armes Schwein. Ich hasse dich trotzdem. Wie konntest du nur? Siferoa, wie konntest du nur? Oh, das ist die große Frage. Wie konnte er nur? Ich will das nicht. Wow. Was ist das denn? Toll. Vielen Dank. Könnt ihr das jetzt mal lassen? Danke. Ich bin gleich schlatt. Oh, f***t euch doch. Wenn ich auch nicht überall bekämpfe, werde ich so drauf gehen. Hi, Angier. Hallo, Zen. Voll. Danke. Können wir das speichern für gleich? Habe ich jetzt noch eben? Speichern. Hallo. Vielen herzlichen Dank. Hallo. Oh, Level ab. Oh, wir sind jetzt auf Level 27. Sehr schön. Ich glaube schon, nur du. Oh, ich werde gleich so drauf gehen. Wer will was? Da können wir speichern. Wo bist du? Ja, du legst am Boden in Nibbelheim. Ja? Sefirot hat das Dorf in Flammen gesetzt. Das wissen wir. Äh. Tiefer und ihr Vater sind ihm hinterher und wir müssen ihn aufhalten. Ja, bin ich bloß. Alte Tafel. Entschuldigung. Nee. Ist kein Speicher. Nee. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, aber laut der Story ist das hier richtig. Ich glaube, das Dorf geht zum, äh, Mako-Reaktor. Hallo. It's bigger. Ja, das hat sie auch gesagt. Nee, that's what she said. It's getting bigger. That's what she said. Entschuldigung. Ob ich überhaupt richtig verdammt die Kacke. Ist recht langsam. Wenn du noch mit Schreien beschäftigt bist, dann kann ich ja eben mal. Schlagen. Ja. Au. Habe ich verdient. Das kennen wir noch nicht. Ja, echt schon ein Zufall. Ja, weiß ich aber. Ihr ist dafür umso mehr anscheinend. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Wir verdienen. Nicht schnell nötig. Anscheinend ist es richtig. Ich würde gerne trotzdem speichern, bevor es losgeht. Aber zumindest erstmal noch gegen einfache Gegner kämpfen. Ich muss noch mit Schreien cardenken. Wenn du... Mensch, das macht's besser, denn du bist so größer, wie es du erwappst. Benutzen wir noch einmal im Sommer. Wollten auch wieder Neues kaufen. Vielleicht. Naja, jetzt nicht. Endlich ein Speichel. Jetzt beginnt die Hölle. Ja. Lachen wir noch. Naja. 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 Oh. Oh, danke. Was schon? Oh yeah! Das ist jetzt Kina! Und wie? Was schon? Wie? 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 So, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu äh, Crysis Call Final Fantasy Scheiße. Ich merke, dass ich länger Pause gemacht habe, weil ich ganz ehrlich keine Lust auf diesen vorstehenden Kampf habe. Ich kenne es alle. Ich sollte weniger spulen. Echt mal. Ach, wollte ich nur nachgeguckt haben. Materia, welche habe ich denn drin? Äh, wie war denn das? Ähm, was kann ich denn rausnehmen? Ähm, irgendwas wollte ich rausnehmen. Und dafür reintun. Ähm. Fuck, was war das denn? Nehme ich dich mal raus. Es wird wahrscheinlich ein Riesenfehler sein. Also ich habe eigentlich sogar keine Lust auf diesen Kampf, der uns bevorsteht. Jeder, der die Story von Final Fantasy kennt, weiß, was jetzt passieren wird, der in der letzten Folge aufgepasst hat. Ähm, ich habe da wenig Bock drauf, wie gesagt. Trotzdem werde ich es tun. Mal gucken, was auf uns zukommt. Kann ich hier noch mal speichern? Nein. Oder? Nein. Äh. Triff wohl die Treppe, bitte. Tifa! Tifa hat das getan, richtig? Will unsere Hilfe nicht. Ich hoffe, auch der Ton funktioniert, denn ich hatte... Oh, das war die Maus. Leichte technische Schwierigkeiten, die ich aber zum Glück alleine lösen konnte, nachdem ich darauf hingewiesen wurde. Ich hasse dich. Ich hasse Schönreich. Ich hasse Soldi. Ich hasse euch alle. Ja, Tifa. Ich weiß. Oh, mir ist schlecht. Das war eine schlechte Idee, jetzt das zu spielen. Ich werde so drauf gehen. Antwort auf mich, Sephiroth! Mutter, sie sind wieder hier. Du solltest du diesen Planeten regeln. Du bist stärker, smarter. Aber dann kam sie, die Inferior Dullerds. Sie kam und kam diese Planeten weg von dir. Doch wenn das hier mega geil dargestellt ist, ist die Szene in Last Order immer noch besser. Entschuldigung, nur gesagt. Wir treffen uns am Ende. Mutter. Hallo, Genova. Ungefähr, ja. Die zitternd schon wieder. Ich werde so drauf gehen. Dabei soll der Kampf ja angeblich einfach sein. In dem Video, das ich gesehen habe, da hat es jemand in drei Level unter mir geschafft. Ich bin schon sehr hoch gelevelt. Dann sollte das ja kein Problem sein. Aber ich kam ja auch gegen NG nicht an. Und das war alles Taktik. Sollte besser aufpassen. Sollte besser aufpassen. Okay. Hi, Seng. Kennen wir schon. Genau jetzt. Danke sehr. Oh, ich hab so ne Angst. Das gibt's nicht. Ich muss mich am besten wenn er angreift, verpieseln. Ich bin noch im Bereich. Dankeschön, Angel. Ich spule immer ein bisschen. Also, solche Szenen sind ätzend. Na komm, wir sind nur noch 3.016. Jetzt kommt der Octaslash. Warum ist deine Stimme da immer so viel anders als... Nein! Oh, jetzt kommt das. Scheiße. Ach ja. Ja. Nicht schon. Das ist sehr nett, dass wir wieder ein Level höher sind. Die Teile heilen ihn nämlich, was furchtbar ätzend ist. Au! Gut, dass ich mich gerade geheilt habe. Die verrobbele weg! Au! Okay, es hat mir nichts ausgemacht. Oh, einer ist tot! Ah, einer ist tot! Sehr schön! Also einer der Steine, meine ich. Ah! Nicht sterben! Schlechtes Timing wäre das. Juhu, zwei sind tot! Wenn ich die einmal weg habe, ist Sephiroth ein leichtes Zeh. Jetzt ist nur noch einer da. Wer grüne war? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr, was der grüne Stein war. Oh, sie sind alle weg! Ja, sicherer. Ich weiß. Ich hab nichts gemacht! Oh, ich schwitze! Nein! Nein! Also, I won't pay! Ja! Das verstehe ich zumindest von dir! Oh, ich schwitze! Oh, ich schwitze! Oh, ich schwitze! Oh, ich schwitze! Oh, ich schwitze, meine ich. Ich schwitze! Für mich es halt so gut verte! Für dich equipfrage und ich alle stehke. Oh, ich schwitze! Wang anst du längst jetzt schon ausger담te Atom mit der Verstehung! I'm on fire now! I'm on fire now! No, I have been Activating combat mode The attack mode The attack mode Not to do the attack mode It's the attack mode Was ist das? 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 Final Fantasy? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?